so hier haben wir jetzt das letzte langlauf video vom 2015 16 meine ich die letzte abfahrt mit video das ist die sogenannte raute niederteil sehr anstrengend zum darauf laufen aber sehr schön zum unterfahren los geht's und das mitte ende märz herrlich so Untertitelung des ZDF, 2020 So, und hier sind wir wieder im Niederteil, mit 40-50 kmh, Abfahrt, herrlich! Ein Traum, Niederteil, Langlauf im März!